Mit sprachlosem Schreck hatte Fräulein von Gläsberg am Morgen die Nachricht von Kitties Verschwinden aufgenommen. Der Brief, der in Kitties Zimmer gefunden wurde, beschwichtigte ihre Sorge, brachte aber einen neuen Sturm von Erregung. Immer von Neuem las sie Kitties Brief. Natürlich, sie musste nach München, ob sie wollte oder nicht. Zu Tass? So, wirklich nur zu Tass? Beim Gedanken an Graf Ecke lief ihr freilich ein kaltes Gruseln über den Rücken. Aber Graf Ecke saß vorerst noch weiter droben in seiner Jagdhütte. Robert war früh am Morgen in den Sattel gestiegen und mit dem Stallburschen davongeritten. Als er gegen neun Uhr nach Hubertus zurückkehrte, da kam auch ein anderer in das väterliche Haus zurück. Auf fremden Füßen. Der Fischer hatte in der Seebachklamm den Verunglückten gefunden. Auf seinen Armen brachte er den Toten in das Schloss getragen, umringt von einem Schwarm erregter Menschen. Unter ihnen befand sich auch der Pointner Andres, denn das Geschrei, das auf der Straße entstanden war, aus dem Zaunerhaus gerufen hatte. Mitleidig betrachtet er den Toten, aber sein junges Glück war so groß, dass in seinem übervollen Herzen das Erbarmen keinen ausreichenden Platz mehr fand. Man trug den Entsegelten in seine Stube. Auf der Treppe fiel Gunde von Gläsberg beim Anblick des Toten ohnmächtig zu Boden. Als sie wieder zum Bewusstsein kam, lag sie in ihrem Bett und vor ihr saß der Doktor. Sie war vom Schreck so betäubt, dass sie nur zur Hälfte verstand, was man ihr sagte. Robert wäre mit dem Fischer zu Berg gestiegen, um Graf Ecke zu holen und ihn schonend auf das Unabänderliche vorzubereiten. Von Hilfe keine Rede mehr. Der Tod musste schon vor Stunden eingetreten sein. Der Doktor schrieb die Katastrophe einer inneren Verblutung zu, da er an dem Körper des Verunglückten nur unbedeutende Schrammen und auf der Stirn einen blauen Fleck gefunden hatte, der als Überbleibsel einer harmlosen Beule zu erkennen war. Die äußerliche Ursache des unglücklichen Sturzes erschien nicht rätselhaft. Es war bekannt geworden, dass Graf Willi vergangenen Abend bis mit der Nacht beim Seewirt schwer gekneipt hatte. Da war ein Fehltritt begreiflich. In Jammer aufgelöst wurde die Gläsberg auch noch gebeinigt durch den Gedanken an Kitty. Willi begleitet mich, also macht ihr keine Sorge, so hatte die Comtesse geschrieben. Nun lag Willi da drüben, still und kalt. Was war aus Kitty geworden? Fritz und Moser wurden ins Dorf geschickt, um Nachfrage bei jedem Bauer zu halten, der ein Fuhrwerk besaß. Gegen zwölf Uhr kam Fritz mit der Nachricht gelaufen, dass der Mooshofer das gnädige Fräulein zur Bahn gebracht hätte. Diese Entdeckung genügte nicht, um die Gläsberg zu beruhigen. Die Tränen rollten ihr über die ungeschminkten Wangen, während sie dem Diener ein Telegramm an Professor Werner diktierte. Dann unerträgliche Stunden eines angstvollen Wartens. Erst nach fünf Uhr kam die Antwort, die von Gundi Gläsberg bei allem Jammer, der sie erfüllte, mit einem Freudenschrei empfangen wurde. Wenige Minuten später traf, von Robert begleitet, Graf Ecke in Schloss Hubertus ein. Wie sonst bei der Heimkehr hängte er im Flur die Büchse an das Zapfenbrett, sein Gesicht war von kalkiger Blässe und schien gealtert. Wo liegt er? In seinem Zimmer, Robert sprach mit gedämpfter Stimme. Willst du dich nicht vorher umkleiden? Der Vater streifte ihm mit einem Blick, wie man etwas Fremdes, Unbegreifliches betrachtet. Dann stieg er langsam über die Treppe hinauf, seine genagelten Bergschuhe klappten auf den roten Marmorstufen wie müde Hammerschläge. Vor Willis Zimmer blieb er stehen und stützte sich eine Weile an die Mauer. Dann öffnete er die Tür. Das Zimmer war ausgeräumt, das Bett in die Mitte gerückt, Durch die beiden Fenster fiel das Abendlicht über die mit der Uniform begleitete Gestalt und über das wächsende Gesicht des Toten. Ein röchelnder Laut. Wie von einem Keulenschlag getroffen, warf Graf Ecke sich über den Leichnam. Mein Bub! Er schluchzte wie ein Kind. Als er nach einer Weile das verzerrte Gesicht hob, um den Toten zu betrachten, sah er auf der wachsbleichen Stirne den bläulichen Fleck. Da legte sich sanft eine Hand auf seine Schulter. Papa! Je erhob sich Graf Ecke, und in Zorn funkelten seine rot gerenderten Augen, als sie an Robert auf- und niederglitten, der mit würdevoller Gefasstheit vor dem Vater stand. »Lass mich allein!« Graf Ecke Stimme klang rau und heiser. »Ich brauche niemand!« »Wenn du befiehlst!« Robert verließ das Zimmer und hörte, dass innen an der Tür der Riegel vorgeschoben wurde. Im Billardzimmer ließ Robert Papier und Schreibzeug in den Erker bringen, um die Todesanzeige aufzusetzen, die mit der letzten Post an die Druckerei nach München abgehen sollte. Während er schrieb, rannte Gundi Glesberg in schwarzem Mantel und verschleiert aus dem Haus zum Parktor. Hier wartete sie, bis der Wagen nachkam, der sie zur Bahn bringen sollte. Gegen neun Uhr kam der Wagen von der Bahn zurück. Fritz erschien mit einer Lampe auf der Veranda. Kitty war so schwach, so zerschlagen an Herz und Gliedern, dass sie taumelte und im Flur auf einen Sessel fiel. Der Diener reichte ihr zwei Tepeschen, die gekommen waren. »Wo ist der Herr?«, fragte Gundi Glesberg scheu. »Noch immer oben«, flüsterte Fritz. »Die Tür ist noch immer versperrt. Auch der Herr Pfarrer musste wieder fortgehen. Und Robert?« »Graf Robert sind mit Hochwürden ins Dorf gegangen, um vor Postschluss die Tepeschen aufzugeben.« Gundi Glesberg hatte den Mantel abgeworfen, trat zu Kitty und legte den Arm um ihre Schultern. Kitty hob das bleiche, vergrämte Gesicht und reichte der Glesberg ein Telegramm. Von Tass, er sorgt sich um mich und ahnt nicht, welche Antwort ich ihm schicken muss. Die Tepesche war in Augsburg aufgegeben. Er bittet Ratantwort nach Stuttgart, ob du wohlbehalten zu Hause eingetroffen. »Tassilo, Hotel Marquardt«, während Gundi Glesberg las, machte ein schluchzender Laut sie aufblicken. Kitty hielt die zweite Tepesche an die Lippen gepresst. Ein Strom von Tränen ging über ihre blassen Wangen. In verstörter Hast verbarg sie den Zettel an ihrer Brust und streckte die Arme ins Leere. »Ich will zu Papa!« Droben fand sie die Tür verschlossen. Schluchzend warf sie sich gegen die Bretter. In der Stube ein schwerer Schritt. Die Tür wurde geöffnet. Im Schatten der flackernden Kerzen stand Graf Ecke auf der Schwelle. Um die wirr von den Schläfen abstehenden Haarbüschel und um die zerzausten Strähnen des Bartes irrte ein matter Kerzenschein. Rote Lichtlinien umsäumten die nackten Knie. Aufschreiend warf Kitty sich an den Hals des Vaters. Er fragte nicht, weshalb sie so spät erst käme und hatte keinen Blick für das weiße festliche Kleid, das sie trug. Mit leidenschaftlicher Zärtlichkeit umklammerte er die Tochter, dass sie stöhnte unter dem Druck seiner Arme. Er zog sie zum Bett. »Schau, kleine Geiß!« »Mein guter Bub!« Er ließ sich auf den Bettrand sinken und zog die Tochter auf seinen Schoß. So saßen sie in wortlosem Schmerz. Das war ihr Wiedersehen nach fünf Monaten. Robert trat in das Zimmer. Er trug einen breiten Flurstreifen um den Ärmel. Peinlich betroffen fasste Robert die Schwester am Handgelenk. »Bist du von Sinnen? In diesem Kleid?« »Das mag für den Zweck deiner Reise gepasst haben. Wie kannst du vor Papa in diesem Kleid erscheinen? Heute und hier?« Graf Ecke hatte sich erhoben. »Was soll das?« Robert schien verlegen zu werden. »Ich bin überzeugt, dass Kitty in bester Absicht handelte, nur unüberlegt. Aber es ist wohl besser, wir sprechen nicht davon. Nicht heute und nicht hier.« Bleich richtete Kitty sich auf. »Du sollst nicht beschönigen, was ich getan habe.« Sie warnte sich an den Vater. »Vergib mir, Papa, wenn ich dir Kummer mache. Ich war heute in München. Bei Tass.« Graf Ecke schwieg. Kein Zug bewegte sich in seinem Gesicht. Nur seine Lippen pressten sich übereinander, dass sie weiß wurden. Verstört sah Kitty zu ihm auf. »Ich wusste, dass ich ein Unrecht an dir beging, aber ich konnte nicht anders. Wie an dir, so hängt mein Herz an ihm. Ich hätte sterben müssen, wenn ich ihn heute nicht hätte sehen sollen.« Graf Ecke's Augen erweiterten sich. »Heut? Warum gerade heute?« »Das kann ich dir nicht sagen. Heute nicht.« Graf Ecke schien verstanden zu haben. Unter dem Druck seiner Faust, die um die Kante des Bettes geklammert lag, knirschte das Holz. »Papa«, schrie Kitty und daumelte auf den Vater zu. Robert hielt sie zurück. »Hast du keinen Schimmer von Zartgefühl? Sieh den Vater doch an! Sieh, was du ihm getan hast!« »Du«, ein keuchender Laut, »lass mir die arme Geiß in Ruh!« Graf Ecke legte den Arm um Kitty und wurde ruhiger. »Es war Unrecht, was du getan hast. Aber ich begreife es.« Da sah er die Gläsberg unter der Tür stehen, zitternd, mit nassen Wangen. »Gundi, bringen Sie die kleine Geiß ins Bett. Sie kann sich nicht mehr aufrechthalten.« Hastig kam Gundi Gläsberg herbei, fasste Graf Eckes Hand und machte einen Versuch, ihrem Kummer Ausdruck zu geben. Er schüttelte den Kopf und sagte rau, »Lassen Sie das! Ich weiß, Sie sind ihm gut gewesen. Da braucht's kein Wort. Sorgen Sie sich lieber um die arme Geiß!« Graf Ecke wandte sich zu dem Toten. Während er das wechselnde Gesicht betrachtete, nickte er langsam vor sich hin. »Du, auf dem kalten Bett.« Und der andere, stöhnend, drückte er die Fäuste an die Stirn und fiel aufs Knie. Mit gefalteten Händen, wie ein steifknochiger Bauer vor dem Gnadenbilde, sprach er ein lautes Gebet. Dann küßte er den Toten auf beide Wangen und auf den Mund. Als er sich erhob, sah er Robert zu Füßen des Bettes stehen, wie die Ehrenwache vor dem Paradebett eines Fürsten. »Ach so, du bist auch noch einer.« »Der Dritte?« Seine Hand fuhr in den Bart. »Was machst denn du heut Nacht? In Hubertus wird keine Bank gelegt. Da wirst du wohl schlafen müssen.« »Vater!« fuhr Robert auf. In der nächsten Sekunde hat er seine Empörung schon überwunden. »Ich ehre deinen Schmerz um den Toten, auch wenn er dich ungerecht macht gegen die Lebenden.« »So?« Graf Ecke verließ das Zimmer. Auf der untersten Treppenstufe streifte er die Bergschuhe von den Füßen. »Wo ist Moser?« Der Jäger, der auf der finsteren Veranda saß, kam gelaufen. Und Graf Ecke sagte, »Geh ins Dorf! Der Pfarrer mit seinem Kaplan soll kommen. Ich will, dass Sie droben wachen und für meinen Buben beten.« Mit nackten Füßen ging er über den Flur und öffnete die Tür zur Kruckenstube. »Fritz! Meine Lampe!« Es wurde still in Schloss Hubertus. Nur die Ankunft der beiden Geistlichen unterbrach für einige Minuten die dumpfe Ruhe. Fast alle Fenster blieben die ganze Nacht hindurch erleuchtet. Im Zimmer der Gläsberg brannten zwei Lampen und vier Kerzen. Sie konnte nicht hell genug haben. So oft sie an Kittis Tür lauschte, hörte sie leises Weinen. Erst nach Mitternacht wurde es still da drinnen. Und nun machte sich die Gunde Gläsberg wieder Sorgen über dieses Schweigen. Leise öffnete sie die Tür. Die beiden Kerzen, die das Zimmer erleuchteten, waren zu kleinen Stümmchen niedergebrannt und warfen eine unruhig flackernde Helle über das Bett. Schimmernd ringelte das gelöste Haar sich um das weiße Mädchengesicht. Lautlos deckte Gunde Gläsberg die Messinghütchen über die Kerzen. Die Nacht verging. Als Fritz am Morgen in die Kruckenstube trat, fand er die Lampe ausgebrannt und das Bett unberührt. Graf Ecke saß vor dem offenen Eisenschrank und stellte die eben Holzkästchen in die Fächer zurück. Seufzend schloss er den Schrank. Gut, dass du kommst. Ich wollte dich eben rufen. Was muss denn eigentlich jetzt geschehen? Erlaucht können ohne Sorge sein. Graf Robert haben alles Nötige bereits angeordnet. Die Depeschen sind gestern noch abgegangen und Graf Robert sind die halbe Nacht aufgewesen, um die Adressenliste für die Todesanzeigen zu schreiben. Der Bursch ist früh um vier mit der Liste nach München gefahren und wird abends mitbringen, was Graf Robert bestellt haben. Das Leichenbegängnis wird morgen früh um neun Uhr stattfinden. Den Kondukt besorgt eine Münchner Gesellschaft. Auch die Musik und ein Doppelquartett sind aus München verschrieben. Hör auf, keuchte Graf Ecke und verzog den Mund, als hätte er einen gallenbitteren Trunk getan. Durch das Zimmer schreitend lachte er heiser vor sich hin. Und diesen ganzen Pflanz hat Robert gemacht? Darf ich Erlaucht das Frühstück bringen? Mir ist der Appetit vergangen. Aber Erlaucht sollten doch andere Kleider. Die Schwarzen? Na, also bring sie. Eine halbe Stunde später stieg Graf Ecke in altmodischem Gehrog, an dem die Ärmel zu kurz waren und die Nähte zu platzen drohten, über die Treppe hinauf. Er hörte Lärm und Hammerschläge. Im Totenzimmer war ein Dutzend Menschen beschäftigt, um die Wände mit schwarzem Tuch auszuschlagen und das auf Stufen erhöhte Paradebett mit einer Mauer von Blumen zu umgeben. Der Zauner Wastl hatte die Oberleitung und betätigte seine vielseitigen Talente. Scheuer Kummer sprach aus seinem übernächtigten Gesicht und als er den Grafen gewahrte, sank ihm der Kopf noch tiefer zwischen die Schultern. Graf Ecke ließ schweigend den Blick durch das Zimmer über die Menschen gleiten, zog die Hand durch den Bart und machte wieder kehrt. Schipper trat in die Stube mit demütiger Trauermähne und während er den Hut zwischen den Händen drehte, fing er zu klagen an. »Marr und Josef, lieber Herr Graf, was sind denn jetzt für Sachen passiert? Gestern habe ich mir gar nicht fürstellen können, was los ist. Heut in der Früh, da habe ich mir gedacht, jetzt muss den abnormen Rehbock abetragen.« Graf Ecke war aufgesprungen. Seine Stirn brannte, als hätte er einen Schlag ins Gesicht erhalten. Mit zuckenden Fäusten trat er einen Schritt gegen den Jäger und schrie, »Hinaus!« »Aber Herr Graf«, stotterte Schipper verblüfft, »Hinaus! Du bist schuld, dass ich geblieben bin. Wäre ich mit ihm heruntergegangen, es wäre nicht geschehen. Ich wollte gehen. Du, du hast mich gehalten. Geh mir aus den Augen, Aasgräber! Mörder! Aus meinen Augen! Hinaus!« Diesem Ausbruch sinnlosen Zornes gegenüber hielt es Schipper für ratsam, schleunigst den Rückzug anzutreten. In Meisterzauners Gärtel sah er das feine Lieserl mit dem Pointner Andres umhergehen. Das Mädel schnitt mit einer Schere die letzten Blumen ab und legte sie in ein Körbchen, das ihr Andres nachdruck. »Grüß dich Gott, Lieserl!«, rief Schipper über den Zaun. »Machst ein Kranz für Herrschaft?« Als ihn die Straße am Brucknerhaus vorüberführte, wurde sein Schritt langsamer. Er musterte die Fenster, kniff die Augen ein und lächelte. »Mir scheint, es heute nimmer lang mit dem Grafen und mir. Da muss ich ans Nest bauen denken.« Er rückte den Hut und trat in den Hof des Bruckners, dessen Bübchen vor dem Brunnen spielte. »Hä, du Kleiner, ist Malimann daheim?« »Na, sie ist zum Seewirt um Blumen gegangen für einen Grabkranz. Aber der Vater ist daheim.« »So, der Vater!« Lächelnd ging Schipper auf das Haus zu, guckte durch ein Fenster in die Stube und klopfte an die Scheibe. Draußen auf der Straße ging die Horneckerin vorüber, die vom Krämer kam. Dunkel schoss ihr das Blut ins Gesicht, als sie den Jäger gewahrte. Was wohl der Franzl dazu sagen würde, dass der Schipper bei der Male ans Fenster klopft? Auf dem Ländeplatz begegnete ihr eine Magd des Seewirts mit einem riesigen Kranz aus Eibenzweigen und weißen Nelken. Das war der erste Kranz, der sich in Hubertus einstellte. Fritz trug ihn in die Kruckenstube, aus der man Graf Eckes erregte Stimme hörte, als der Diener eintrat, verstumpte sie. Graf Ecke stand neben dem Lehnstuhl, in welchem Kitty saß, schwarz gekleidet, die zitternden Hände im Schoß, mit verweinten Augen. Zwischen Vater und Tochter schien es ernste Worte gegeben zu haben. Graf Ecke furchte beim Anblick des Kranzes die Brauen. Kitty erhob sich, betrachtete die Blumen in tiefer Bewegung und entfernte ein paar welkgewordene Blüten. Wer hat ihn geschickt? Der See wird gnädiges Freiland. Sagen Sie, dass wir herzlich danken lassen. Fritz nickte und wandte sich an seinen Herrn. Ich bitte, erlaucht, was soll ich den Leuten geben, wenn sie Blumen bringen? Geben? Ach so. Das wird als Geschäft betrachtet. Ich soll mich quälen lassen und dafür noch bezahlen. Gib zwanzig Pfennig. Mathe Röte huschte über Kittis Wangen, während sie stammelte. Aber Papa, also dreißig, das ist mehr als genug. Der da drüben, der das Trauerross auf meine Kosten spielt, steigt mir mit dem Oktoberfest-Rummel, den er für morgen inszeniert hat, ohne dies bis über die Knie in den Geldbeutel. Kitty flüsterte dem Diener ein paar Worte zu, und als sie mit dem Vater wieder allein war, ging sie müde zum Lehnstuhl zurück. Schweigend, unter wühlender Erregung wanderte Graf Ecke im Zimmer auf und ab. Dann blieb er vor Kitty stehen. Kein Wort mehr davon. Dass du ihm die Depeche schicktest, war in der Ordnung. Der da drüben hat mein Unglück auch unserem Schuster und Schneider angezeigt. Aber es war Unrecht von dir, dass du meinen Schmerz um den einen zugunsten des anderen benutzen wolltest. Ich hab dich lieb, aber da wirst auch du nichts ändern. Er selbst hat sich gelöst von mir. So mag er seiner Wege gehen. Ich weiß, es ist hart für dich, mit ihm zu brechen. Aber ich bin dein Vater, und mein Recht an dich ist das Ältere, und ich brauche dich. Zärtlichkeit ist nie meine Sache gewesen. Aber Vater bleibt Vater. Und ich bin arm geworden. Der eine hat mich verlassen. Den anderen hat mir Gott und meine Schuld genommen. Und der andere da drüben zählt nicht. Meine Jagd und du, das ist der Rest. Meine Jagd will ich festhalten, solange ich noch gesunde Fäuste und sehende Augen habe. Und du? Geld, kleine Geiß, du hängst an mir. In Trauer sah Kitty zum Vater auf. Ungeduldig rüttelte Graf Ecke ihre Schultern. Sei nicht so stumm. Ich brauche Trost. Sag es mir, kleine Geiß, dass ich dir mehr bin als er. Ich will es hören. So rede doch. Kitty erhob sich, das Gesicht entstellt von dem schmerzvollen Kampf ihres Herzens. Sie fühlte, dass es sich in diesem Augenblick für sie noch um anderes handelte, als nur um eine Äußerung kindlicher Liebe, die der Vater von ihr zu hören verlangte. Bleich, aber entschlossen, richtete sie sich auf. Als sie die Augen hob und diese von Kram durchwühlten Züge sah, streckte sie die Arme und unter heißem Schluchzen warf sie sich an die Brust des Vaters und umklammerte seinen Hals. Graf Ecke wurde weich. Er brachte es fast zu einem Lächeln, während der Kitty umschlungen hielt und ihr Haar streichelte. Ich danke dir, Geißlein. Du hängst noch an mir und ich will's vergelten. Vielleicht habe ich auch an dir ein Versäumnis begangen. Ich will's gut machen, will dir ein rechter Vater sein. Du sollst mich nimmer verlassen. Gib acht, wie schön das sein wird. Im Winter sollst du mit mir reisen und im Frühjahr lasse ich für uns beide in meinem besten Revier eine neue Hütte bauen. Mit einem netten Stübchen für dich, mit jeder Bequemlichkeit, die du haben willst. Und in der Hütte soll eigens für dich gekocht werden. Und schießen sollst du lernen und sollst ein Jäger werden, vor dem ich selber den Hut abziehe. Das wird dir Freude machen, gell? Und dann wirst du munter und glücklich sein und lachen. Immer lachen. Zwei Zehren rollten ihm über den Schnurrbart und fester schlangen sich seine Arme um die Tochter. Da fühlte er, wie ihr Körper zitterte. Aber Geißlein, was hast du? Er fasste sie am Kinn und hob ihr Gesicht. Aus diesem trostlosen Blick redete alles andere zu ihm, nur nicht die Wirkung, die er sich von seinen zärtlichen Verheißungen versprochen hatte. Gewiss, Papa, erwiderte sie tonlos, ich werde alles tun, was du willst. So, das klang hart und trocken, du scheinst müde zu sein. Schau, kleine Geiß, den Bock hab ich auf vierhundert Gänge im Feuer niedergelegt. Es war mein bester Schuss, und die Krug ist schön, gell? Ja, Papa, sehr schön. Die müde Antwort gefiel ihm nicht. Zeig mir ein anderes Gesicht. Ich seh dir's an, dass du mehr an ihn denkst als an mich und den armen Kerl da droben. Aber du hast mir doch gesagt, dass er sein Glück gefunden hat, auch ohne mich. Also gut, so tröste dich damit, dass er glücklich ist. Er hat das, was er wollte. Wie ein Krampf ging es über Kittys Schultern und Arme. Ihre Lippen fanden keinen Laut. Reden kannst du nicht. Um diese stumme Mette riegelte mir das Blut durcheinander. So lass mich lieber allein und geh zur Gläsberg. Schweigend erhob sich Kitty. Geiß? Sie wandte das Gesicht. Graf Ecke trat auf den eisernen Schrank zu. Komm, du sollst was haben. Er hatte schon das Schloss geöffnet, als Kitty wie eine Verzweifel, der auf ihn zugeflogen kam und seinen Arm umklammerte. Sprechen konnte sie nicht. Sie starrte nur angstvoll in sein Gesicht und schüttelte den Kopf. Er sah sie mit großen Augen an, zuerst verblüfft und dann beleidigt. Ach so, du willst nichts. Auch gut. Mit heiserem Lachen zog er den Schlüssel ab und schob ihn in die Tasche. So geh. Sie verließ das Zimmer und schleppte sich die Treppe hinauf. Als sie ihr Stübchen erreichte, vergrub sie das Gesicht in den Armen und brach in Schluchzen aus. Die Gläsberg kam aus dem anstoßenden Zimmer. Sie nahm die Schluchzende in die Arme, stammelte, weinte und suchte zu trösten. Eine Weile ließ Kitty diese konfuse Zärtlichkeit, die ihr Wohltat, über sich ergehen. Dann trocknete sie die Augen. Aus der Kommode holte sie eine gehegelte Börse, durch deren Seidenmaschen die Goldstücke glänzten und stieg in den Flur hinunter. Hier ist Geld, Fritz. Geben Sie reichlich. Papa soll es nicht wissen. Und wenn Depeschen für mich gebracht werden, die Stimme versagte er, nicht wahr, Fritz? Ich bekomme sie gleich. In der Kruckenstube wurde die Tür aufgerissen und Graf Ecke erschien auf der Schwelle. Wortlos stand er und wartete, bis Kitty auf der Treppe verschwand. Dann winkte er den Diener zu sich. Was wollte sie? Die gnädige Kommtess haben gefragt, ob nicht Depeschen für sie gekommen wären, stotterte Fritz, die Hand mit der Börse hinter dem Rücken. Wenn Depeschen kommen, werden sie mir gebracht. Alle. Ganz gleich, welche Adresse sie haben. Er trat in das Zimmer zurück und schlug die Tür zu. Einige Stunden später erhielt er die Meldung, dass droben alles in Ordnung wäre. So, jetzt soll ich ihn wieder haben dürfen. Sehr gnädig von euch. Er stieg die Treppe hinauf. Schon nach wenigen Minuten kehrte er wieder zurück, steinerne Härte im fahlen Gesicht. Was er gefunden, diese stilvolle Trauerbude, dieser aufgeputzte Tod, dieses Treibhaus mit dem Gewirr der schwül duftenden Blumen, das hatte ihn fremd berührt und seinen Schmerz ernüchtert. Beim Eintritt in die Kruckenstube sah Graf Ecke auf dem Lehnstuhl das abnorme Gehörn des Rehbocks liegen. Der alte Moser hatte gehofft, seinem Herrn mit dem Anblick dieser Trophäe einen Trost zu bringen. Er hatte sich übel verrechnet. In aufwallendem Zorn fasste Graf Ecke das Geweih, zerbrach mit einem Druck seiner Faust die Hirnschale und schleuderte die Stücke unter das Bett. Der Tag verging und die Telegramme und Kränze kamen in ununterbrochener Folge. Gegen Abend kehrte Roberts Bursche aus München zurück mit einem Berg von Schachteln und Paketen. Er brachte auch einen kleinen Lederkoffer und dazu einen Strauß weißer Rosen. Wieder einmal trug Fritz ein Dutzend Tepeschen in die Kruckenstube. Graf Ecke überflog die Adressen und gab die Telegramme, die an ihn selbst gerichtet waren, dem Diener zurück. Für Robert. Drei Tepeschen behielt er und las die erste. Professor Werner. Er schüttelte den Kopf und öffnete die zweite. Hans Vorbeck. Ohne sich weiter um den Inhalt der beiden Blätter zu kümmern, reichte er sie dem Diener. Für meine Tochter. Als er die letzte Tepesche geöffnet hielt, befiel ein Zittern seine Hände. Mit heftiger Geste winkte er dem Diener zu gehen. Nun las er, wie von einer Schwäche befallen, ließ er sich in den Lehnstuhl sinken. Er hat ihn lieb gehabt. Ungestüm die weiche Regung von sich abschüttelnd, die ihn wider Willen erfasst hatte, sprang er auf. Wir sind zu Ende miteinander, er und ich. Mit zuckenden Händen zerriss er die Tepesche, warf die zu einem knäuelgeballten Fetzen in einen Winkel und öffnete die Tür. Robert. Laut halte der Ruf im Flur. Ja, Papa, klang aus dem Billardzimmer die Antwort. Graf Ecke ging der Stimme nach. Als er die Schwelle betrat, fuhr ihm das Blut ins Gesicht. Der Raum war anzusehen wie die Verkaufshalle eines Bestattungsgeschäftes. Offene Schachteln, ein Wust von Packleinen und Seidenpapier, Wachsfackeln, ein Barduch mit gesticktem Wappen und langen Silberfransen, kunstvoll gebundene Kränze mit langen Atlas-Schleifen, ein Samtkissen mit Helm und Degen, Halbbukets aus Palmzweigen und seltenen Blumen, alles kunterbunt durcheinander, auf der Erde, auf dem Billard, auf den Stühlen. Robert legte die Zigarette weg und trat auf den Vater zu. Verzeih, Papa, das ist ein peinlicher Anblick für dich, aber wir müssen unserem Rang und Namen Rechnung tragen, und ich habe diese schmerzlichen Pflichten mir aufgeladen, um dich damit zu verschonen. Graf Ecke schien nicht zu hören. Von einer mit Gold bedruckten Kranzschleife leuchtete ihm ein Wort entgegen, das ihn näher zog. Er fasste das Doppelband und las dem heißgeliebten, unvergesslichen Sohn von seinem tiefgebeugten Vater. Er ließ die Schleife fallen. »Mosa«, rief er in Zorn dem alten Jäger zu, der eben eine neue Schachtel öffnete, »weg mit dem Schwindel und ins Feuer damit!« »Aber Papa«, stammelte Robert, ein kalter Blick des Vaters, »äußere du deinen Schmerz wie dir beliebt. Was meine Trauer zu sagen hat, das bitte ich mir zu überlassen.« Graf Ecke ging zur Tür und kehrte auf der Schwelle wieder um. »Herr Dr. Ecke hat sich für morgen mit dem Frühzug angemeldet. Dieser Besuch ist überflüssig. Du wirst ihm vor dem Parktour erwarten und ihm bedeuten, dass ich mir die zwecklose Unbehaglichkeit einer solchen Begegnung morgen erspart wissen möchte. Die Form überlasse ich dir.« Es zuckte wie Hohn um Graf Eckes Mund, »dass du diese Mission mit promptem Erfolg erledigen wirst, daran zweifle ich nicht.« Ohne Roberts Antwort abzuwarten, verließ er das Zimmer, kehrte in die Kruckenstube zurück und stieß den Riegel vor.